Ich möchte kurz was zu mir sagen. Wie schon gesagt, ich heiße Jan Wegner, gehe hier am GAUS in die 13. Klasse, bin also bald fertig und interessiere mich allgemein für nachhaltige Technologie, Elektronik und eigentlich alles im Bereich MINT. Um ein bisschen spezieller zu werden, 2017 habe ich gemeinsam mit meinem Vater meinen ersten 3D-Drucker aufgebaut, seitdem dann verschiedene Projekte darauf basiert und damit entwickelt, Veranstaltungen, Messen besucht und auch das eine oder andere Praktikum in dem Bereich gemacht. Seit 2018 haben wir auch das 3D-Druck-Thema in dieser Schule und mittlerweile leite ich mir etwas professioneller im Bereich die 3D-Druck-Abteilung bei der Subway AG. Was versteht man unter 3D-Druckern? Die Wikipedia sagt dazu, der 3D-Druck ist eine umfassende Bezeichnung für alle Fertigungsverfahren, bei denen Material Schicht für Schicht aufgetragen wird, um dreidimensionale Gegenstände zu erzeugen. Das lasse ich jetzt auch erstmal so stehen. Ob gesagt, die Grundidee ist es, ein digitales 3D-Objekt, was ich zum Beispiel am Computer gezeichnet oder modelliert habe, in ein physisches Bauteil zu überführen. Das Ganze soll additiv passieren, heißt, indem Material dazugegeben wird, bei Addition, das Gegenteil zur additiven Fertigung ist die subtraktive Fertigung, und dabei wird Material entfernt. Ein ganz gutes Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel ein Holzbreit nehme, da ein paar Löcher reinbohre, noch irgendwas abfeile, dann habe ich Teile vom Holz entfernt, um ein Bauteil zu erstellen. Bei der additiven Fertigung, wie dem 3D-Druck, würde man das eben andersrum machen, dass man nur das Material um die entsprechenden Löcher, Phasen und Bohrungen dann gibt, um sein Bauteil zu erzeugen. Beim 3D-Druck will man so vorgehen, dass man viele dünne Schichten übereinander stapelt, um so sein dreidimensionales Objekt zu erzeugen. Und klar ist, für verschiedene Anwendungen, Materialien, Detailgrade, gibt es dann eben auch verschiedene Verfahren. Beispiele sind SLA, SLS, FDM bzw. FFFF. Und auf Letzteres möchte ich in diesem Vortrag genauer eingehen. Fused Deposition Modeling, kurz FDM, und auf Deutsch so viel wie Schmelzschichtverfahren, ist zunächst ganz grundsätzlich mal ein geschützter Markenname, seit 1995 durch Stratasys. Und in der Quelloffenenbewegung, wo eben so 3D-Drucker offen, nicht kommerziell entwickelt wurden, hat man sich dann auf ein Synonym geeinigt, namens FFFF, kann zum Beispiel als Fused Filament Fabrication gedeutet werden, was eben dann offen verwendbar ist. Wichtig zu verstehen ist nur, dass diese beiden Begriffe genau dasselbe meinen, also auf genau dasselbe Verfahren abzielen und demnach auch gemischt verwendet werden. Ich werde den offenen Begriff FFFF nehmen. Jetzt kommen wir auch zur Funktion von diesem Verfahren. Die Grundlage ist im Prinzip, dass als Kunststoff, mit dem gedruckt wird, Thermoplasten genommen werden. Die haben die charakteristische Eigenschaft, dass sie bei einer wiedercharakteristischen Temperatur schmelzen, dann wieder bei sinkender Temperatur fest werden. Was man dann beim 3D-Druck macht, ist den Kunststoff, der als Filament genannt aufgewickelt ist, das ist wie so ein Faden hier, 1,75 mm dick, zunächst mal fördert, in dem Fall haben wir jetzt hier diese zwei Zahnräder, genannt Extruder, dieses Schieben, dieses Filament hier grün, in Pfeilrichtung nach unten und da durchläuft es zum nächsten gekühlten, beziehungsweise nicht beheizten Bereich. Da ist es, wie man auch hier sieht, ziemlich fest und dann gelangt es im Prinzip hier an dieser Schwelle in einen thermisch getrennten heißen Bereich, also der lässt sich beliebig beheizen. Für so ein PET-Material wären es dann zum Beispiel 220 Grad, wo dieses Material flüssig wird und durch das noch feste, nachkommende Material an dieser Stelle wird dann der flüssige Teil durch diese Düse gepresst und tritt dann als ein sehr dünner Faden aus. Also, wenn man die Düse zum Beispiel 0,4 mm dick macht, dann hat der Faden einen Durchmesser von 0,4 mm. Gut, wenn ich das Ganze habe, muss ich diese Düse, wo der flüssige Kunststoff rauskommt, im Prinzip nur noch im dreidimensionalen Raum bewegen. Das kann man sich ganz gut an so einem kathesischen Koordinatensystem klar machen. Wenn ich es nun eben schaffe, die eben gezeigte Baugruppe in einem hier definierten Bereich zu bewegen, jeden beliebigen Punkt darin anzufahren, dann kann ich mein Modell im Prinzip beliebig aufbauen und drucken. Das Ganze passiert, wie gesagt, Schicht für Schicht. So eine Vasi ist zum Beispiel 3D gedruckt und wenn man dann da näher reinschaut, näher reinschaut, sieht man eben hier ziemlich gut die einzelnen jeweils 0,3 mm dicken Schichten. Um es nochmal zu verdeutlichen, wenn jetzt diese Düse zum Beispiel in Kreis abfährt, dann ist es erstmal im Prinzip zweidimensional, wenn Sie dann aber ein kleines Stück hochwert, das Ganze nochmal macht, immer wieder, sagen wir 100 mal, 100 mal 0,3 mm, dann hätten wir in dem Fall jetzt zum Beispiel einen Zylinder, eben ein dreidimensionales Objekt. So sieht dann zum Beispiel so ein FFF-Drucker aus, ich habe ihn auch hier vorne live stehen, das ist auch einer, da gibt es verschiedene Bauformen, was man eigentlich immer findet, ist eben diese eben gezeigte Baugruppe mit einem Motor, wo das Filament reinkommt, und der heißen Düse, und die 3X, Y und Z-Achse, da ist dann noch ein bisschen Elektronik und eine Steuereinheit dabei. Hier ein kurzes Video, wie so ein Drucker dann druckt, oder auch nicht. Ja, lassen wir das Video aus, das kann ich gerne im Nachgang nochmal zeigen oder den Drucker auch live starten. Ich wollte kurz noch den Ablauf erklären, wie man vorgeht, wenn man sein digitales 3D-Objekt mit so einem Gerät ausdrucken will. Was man macht, ist es in einen sogenannten Slicer geben, das ist ein Programm, wie der Name sagt, das das Modell in ganz viele einzelne Schichten einteilt, und dann eben für jede Schicht die X- und Y-Koordinate berechnet und dem Drucker sozusagen sagt, welche Achse sich mit welchem Motor wie bewegen muss, damit zum Beispiel so ein Kreis entsteht. Das Ganze ist dann Maschinencode, genannt G-Code, und damit kann ich letztendlich zum Drucker gehen, er kann diese Datei verarbeiten und daraus drucken. So sieht dann zum Beispiel ein sehr kleiner Teil von so einem G-Code aus, ganz viele Koordinaten für XY-Achse, ein bisschen später wird dann noch die Z-Achse kommen, die ein kleines Stück hochfährt, und davon hat man dann Hunderttausende von Zeilen, die dann nacheinander von dem Drucker abgearbeitet werden. Nun möchte ich ein paar praktische Beispiele für 3D-Druck geben, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Zum einen ist es ein 3D-gedruckter Roboterarm, da sind alle weißen und hellblauen Teile dran vollständig gedruckt, und einzig ein paar Motoren, ein bisschen Elektronik und Schrauben sind eben nicht gedruckt. Das Fäzische-Projekt am Gauss-Gymnasium haben vielleicht ein paar von Ihnen mitbekommen, da haben Herrn Gandelheit, Nils Götz, ehemaliger Schüler und ich angefangen, ein paar dieser Gesichtsschutzschilder hier zu drucken. Die Nachfrage hat im Prinzip mit der Corona-Pandemie angefangen, und wir haben zunächst so ein paar davon gemacht, das kam ganz gut an, haben dann mehr Helfer bekommen, das Ganze über Discord organisiert, und ich mache es kurz, letztendlich waren wir über 40 freiwillige Helfer, mit etwa 30 von so Druckern. Die standen nicht alle schon in einer Reihe, sondern waren in verschiedenen Vororten von Worms verteilt, das heißt, da kam auch ein bisschen logistischer Aufwand mit, aber es hat gut geklappt, wir haben am Ende über 4000 dieser Face-Shields produziert und ausgeliefert. Hier noch ein Bild, so sah das dann vereinzelt in den Häusern aus, ein paar Drucker nebeneinander, und dann wurden immer diese Face-Shields in Vierer-Stapeln zu zweit gedruckt, also acht Stück in einem Druckvorgang, abgenommen, neu gestartet, wie so eine richtige Produktion. Und das waren dann die fertig zusammengebauten Face-Shields. Ich habe tatsächlich eben beim Gucken noch eins gefunden. Ja, so sahen die dann aus, wurden dann schön verpackt, mit einer entsprechenden Folie davor, und eben diese Stirnhalterung und noch so ein Stabilitätstilion, die waren dann eben vollständig gedruckt. Der dritte Punkt dürfte vielleicht noch ein paar mehr von Ihnen interessieren, Ersatzteile im Haushalt. Und eins für eine alte Wäschespinne, da waren im Prinzip die Halterungen für das Seil, was dann gespannt wird, gebrochen, das hat mein Vater gemacht. Und er hat dann im Prinzip die Halterungen nachkonstruiert, in der passenden Farbe ausgedruckt. Und was dann wirklich spannend ist und vielleicht schon ein Vorteil vom 3D-Druck auskristallisiert, das Ganze hat inklusive Verschleiß, Strom, Druck, 1,50 Euro gekostet, was wahrscheinlich, wenn man die Teile bestellt hätte, allein fürs Porto draufgegangen wäre. Nächster Punkt, so eine Kabeldurchführung bei uns im Computerladen. Da sind dann so ein paar Laptops aufgebaut und die alten waren im Prinzip vergilbt. Wir hatten aber schon passende Löcher geboren, dann konnte man eben mit anpassbaren 3D-Objekten sehr gut so einen passenden Kabelkanal nachkonstruieren für die passende Größe. Und so sieht das dann im Einsatz aus. Als letzter Punkt der Drucker selbst. Wer sich den genauer angeschaut hat, hat vielleicht gemerkt, dass einige der Teile, die da verbaut sind, selbst wiederum gedruckt sind, von einem anderen Drucker logischerweise. Genauer gesagt 50 Stück. Und da steckt ein wichtiger Grundgedanke dahinter, nämlich 3D-Drucker drucken sich selbst. Und das ist eigentlich der beste Beweis dafür, wie gut sie funktionieren, weil sie benutzen sich, um sich selbst weiterzubauen. Hier nochmal der Drucker und hier ein Ausschnitt der verwendeten Teile. Also das geht wirklich von der einfachen Netzteilhalterung bis zu sehr komplexen Bauteilen, die dann mehrere Baugruppen miteinander verbinden. Alles auf dem selben Bild gedruckt. Ja, ich glaube ein paar Vorteile hat man schon aus den Beispielen hören können. Das ist einmal die Anpassbarkeit vom Design von meinem 3D-Modell, von der Konstruktion. Wenn ich zum Beispiel diese Face Shields jetzt per Spritzkuss hergestellt habe, habe ich eine entsprechend gefräste Form und spritze da mein Material ein. Das geht zwar schneller, wenn ich jetzt aber eine Veränderung vornehmen will, eine war damals zum Beispiel, wo ich mich noch hinlernen kann, das Gauss-Logo hier an der Seite, dann muss ich diese Formen im Prinzip wegschmeißen und neue fräsen. Beim 3D-Druck brauche ich nur die digitale Datei verändern, das muss ich eh machen, kann die verteilen, bei uns dann, in unserem Fall war das dann einfach ins Discord zu schicken und ab dann, ab der Minute, kamen nur noch die neuen Face Shields raus. Das heißt, wir haben im Prinzip gar keine Zeit verloren durch diesen Wechsel und man kann eben sehr gut Änderungen machen, was häufig kosten und auch Zeit sparen kann. Sie sind sehr flexibel einsetzbar in allen Aspekten. Man hat es gesehen, mein Drucker, der eben noch ein Roboterarm gebaut hat, kann in der nächsten Sekunde Face Shields drucken, wenn mir irgendein Teil kaputt geht, danach auch wieder ein Ersatzteil, das kann die ganze Zeit hin und her wechseln. Sie sind in allen Aspekten flexibel einsetzbar. Ich kann auch sehr leicht verschiedene Materialien damit drucken. Es gibt natürlich verschiedene Thermoplasten mit verschiedenen Eigenschaften. Wir haben zum Beispiel besonders leichte, besonders günstige Materialien, aber auch sehr stabile, Carbonfaser-verstärkte Materialien. Das geht alles ohne Hardware-Änderung mit dem selben Gerät, was auch eine Besonderheit des 3D-Druckers ist. Sie können einfach lokal betrieben werden. Ich denke, man sieht es gleich, neben mir stehen zwei 3D-Drucker, da habe ich nochmal welche. Man kann sie eigentlich in jede Abstellkammer reinstellen. Sie haben keine besonderen Anforderungen an die Umgebung. Und das Ganze ist skalierbar. Also ich kann einmal die Zahl der Drucker sehr leicht skalieren. Ich kann hier in diesem Raum 2, 4, 8, 16 stehen haben. Das spielt keine Rolle. Und ich kann auch den Drucker selbst in einem gewissen Grad skalieren. Das heißt, ich kann, wenn ich es brauche, zum Beispiel einfach die Höhe, in der er drucken kann, verdoppeln. Und dann kann ich eben doppelt so Bauteile drucken. Ich denke, meine Beispiele waren vielleicht schon ganz schön, aber ich habe noch ein paar ausgesucht, die Sie als Publikum konkret interessieren könnten. Als Lehrer könnte man Lehrmittel damit drucken. Zeige ich gleich ein paar. Auch ganz offensichtlich Kunst, 3D-Drucken. Man kann ja auch Kunstwerke oder Modelle digital erstellen und diese dann eben ausdrucken. Und auch der Drucker selbst kann im Unterricht genutzt werden, um zum Beispiel das kathesische Koordinatensystem zu erklären. Ein Architekt kann seine Modelle direkt daheim ausdrucken. Wird ja auch schon gemacht. Und der Gärtner, das soll aber ganz beispielhaft eigentlich für jeden stehen, kann sich Werkzeuge und Hilfsmittel für seinen Beruf drucken. Klar wird diese Tabelle sich eigentlich gefühlt unendlich fortsetzen. Für jeden Beruf, für jedes Hobby könnte ich hier mindestens ein gutes Beispiel aufschreiben, wie man von 3D-Druck profitieren kann. Und jetzt kommen noch Beispiele. Lehrmittel habe ich ein paar im Internet ausgesucht. Eine 3D-Weltkarte mit den entsprechenden Höhen und Tiefen. Lässt sich auf so einem Internet sehr gut drucken. Ein 1-zu-1-Modell des menschlichen Gehirns. Wird die Biologie vielleicht interessant. Und so ein Kuchen, an dem man die Bruchrechnung ganz gut erklären kann. Diese Modelle habe ich jetzt alle auf der Seite printables.com gefunden. Da kann man im Prinzip so Modelle teilen und kostenlos herunterladen. Da gibt es aktuell etwa bereits 3.500 Modelle im Bereich Learning. Das heißt, es sind alles so Dinge. Da waren auch noch viel komplexere Teile dabei, die ich da bei meiner kurzen Recherche tatsächlich nur gesehen habe. Da gibt es wirklich schon richtig, richtig viel. Zu der Seite noch kurz. Sie ist nicht kommerziell und basiert darauf, dass man eigene Modelle, sofern man welche erstellt hat oder erstellen kann, hochlädt und im Gegenzug kostenlos alle anderen Modelle herunterladen kann. Genauer gesagt, waren das am 1.11. 249.202 freizugängliche Modelle. Ich habe eben mal geguckt, es waren jetzt schon weit über 250.000. Das heißt, innerhalb von 3-4 Tagen kamen da jetzt über 1.000 Modelle dazu. Hier die Kategorien, in die das Ganze eingeteilt wird. Also man hat wirklich zu jedem Bereich nochmal dann Unterkategorien. Eine war zum Beispiel das Learning, wo eben die Lernmittel dann rauskamen. Das sind die beliebtesten Modelle auf der Seite. Nur kurz, damit man es sich vorstellen kann. Das geht vom Werkzeug zum Tool, um Schrauben zu sortieren, bis hin zu Vasen, einem Portemonnaie, in dem man dann Karten aufbewahren kann. Also es ist sehr, sehr viel vielfältig. Ich denke, auch das ist jetzt klar geworden, was man alles damit machen kann. Doch wie können wir 3D-Druck zugänglicher machen? Das ist natürlich eine Frage, mit der man sich beschäftigen muss, wenn man jetzt sagt, jeder von Ihnen braucht 3D-gedruckte Teile. Aber es ist klar, wir haben 3D-Drucker, aber noch lange nicht jeder von Ihnen kann sie jetzt einfach so benutzen. Ich habe ein paar Optionen aufgestellt. Eine wäre, jeder kauft sich einen 3D-Drucker, stellt ihn in seine Wohnung und druckt bei Bedarf Bauteile. In einem gewissen Grad mag das auch ganz gut sein, kann ich auch empfehlen. Wenn man das jetzt wirklich wörtlich betrachten würde, jeder, jeder Einzelne von Ihnen, dann kommt man schnell zu dem Problem, dass das Ganze offensichtlich teuer ist. Das ist gar nicht meines Geräts selbst, sondern wenn ich jetzt eine gewisse Materialauswahl, Farbauswahl da haben will, dann brauche ich ein sehr großes Lager, bleibt in einem gewissen Grad auch ungenutzt. Das Ganze ist einfach nicht so effizient. Dazu kostet es Ressourcen und wenn man sich jetzt so den aktuellen Zeitgeist vielleicht anschaut, dass man weniger besitzt, mehr leiht, mehr teilt, dann passt natürlich dieser Vorschlag auch nicht ganz dazu, dass sich jetzt jeder so ein eigenes Gerät kauft. Dazu kommt, dass es eine gewisse Zeit kostet, die man sich damit auseinandersetzen muss und das vielleicht gar nicht unbedingt jeder machen will. Fazit, das würde in einem gewissen Grad funktionieren. Insgesamt ist es aber ineffizient. Option 2, vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen, Outsourcing, China baut große 3D-Druckfarm und wer liefert die Welt? Kann ich eigentlich direkt zum Problem kommen? Lange Lieferketten bleiben im Prinzip erhalten. Wir warten weiterhin lange auf Bauteile. Die Emissionen, die ja auch immer in weiteren Diskussionen, neuen Diskussionen eine große Rolle spielen, bleiben natürlich genauso hoch bei der Fracht und die Abhängigkeit wird dadurch nicht verringert. Die eigentlichen Vorteile des 3D-Drucks, die ich genannt hatte, dass man sie eben lokal betreiben kann, werden dabei gar nicht genutzt. Das Ganze ist keine Option. Option 3, lokal installierte 3D-Druckfarm beliefern umliegende Städte, Orte mit gedruckten Bauteilen. Habe ich jetzt erstmal kein Problem feststellen können. Der Vorteil wäre, es ist nicht Option 1 oder 2. Und weiteres im Konzept. So sieht das aus. Habe ich mal grob aufgezeichnet. Man hat die Grundidee erstmal ein paar Städte und Orte und sucht sich einen zentralen Punkt. Sagen wir mal, in Worms wäre das zum Beispiel der Dom, je nachdem, wie das dann Sinn macht. Und dann könnte man ein paar Vororte von Worms mitnehmen, vielleicht noch ein Teil von Hessen und würde dann dort lokal in einem Haus, wie hier dargestellt, oder in einer Halle in einem Industriegebiet eben 3D-Drucker aufbauen. Das Ganze könnte so aussehen. Man hat verschiedene Arten von 3D-Druckern, zum Beispiel Metall-3D-Druckern, solche Drucker. Je nach Bedarf kann man dann die Anzahl auch entsprechend variieren. Dazu kommen Solarzellen oder ein Energiespeicher, dass das Ganze in einem gewissen Grad zumindest energieautark wäre oder auf jeden Fall auf erneuerbaren Energien basiert. Und wir hätten eben auch den Vorteil, dass man ein Materiallager anschaffen könnte mit eigentlich allen verschiedenen verfügbaren Materialien und Farben. Das, was eben die Einzelperson nicht leisten könnte. Im Optimalfall käme dann noch eine Kooperation mit einem Kunststoffrecycling, herrscht, oder mit einem Kunststoffrecycler dazu. Da können dann Abfälle aus der Stadt, daher der Fall da hoch, und auch von dem 3D-Druck selbst, nehmen wir an, Fehldrucke zum Beispiel, recycelt werden und zu neuem Material gemacht werden. Dieses kann dann an diese lokale 3D-Druckstelle geliefert werden und wir können eben mit recycelten Materialien arbeiten, die aus dem Abfallkreis auf unserer Stadt im Prinzip genommen werden. Die Anwendung für so ein Konzept könnte ganz einfach sein, wie ich es gesagt hatte, wenn ich zum Beispiel einen Roboter anbauen will, schicke ich meine Dateien dorthin, die werden für mich gedruckt, ich brauche keinen eigenen Drucker, ich kann meine Projekte realisieren lassen. Es wird aber noch interessanter, ich kann auch eben Ersatzteile fertigen lassen, das kann ich selbst anleiern, ich kann mir die Datei raussuchen, selbst konstruieren, aber das können auch die Hersteller machen, das heißt, wenn wir so ein System hätten, müssen sich gar nicht mal alle Leute mit dem 3D-Druck-Thema selbst auseinandersetzen, sondern die Hersteller direkt können das anbieten, dass wenn ich zum Beispiel einen Garantiefall habe und sage, mir ist eine Abdeckung von meinem Rasen wäre kaputt gegangen, ich melde das vom Hersteller, dann geht er zu dem 3D-Druckdienstleister, meinem lokalen 3D-Druckdienstleister und sagt, genau bitte dieses und jenes Teil drucken, am besten passiert es automatisiert, es ist direkt gespeichert, welches Material wird benötigt, welche Farbe passt dafür, dann wird das automatisch gedruckt und ich kann es mir in 100 Meter Entfernung zu Fuß abholen oder bringen lassen. Die Industrie oder ich sage mal Produzenten aus der Region können individualisierte Produkte anbieten, ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Lampe, Individualisierung ist immer relativ teuer, gleichzeitig wollen es viele Leute haben, mit einem 3D-Druck geht es ganz gut, man kann zum Beispiel so eine Lampe hier, so eine Mondlampe hier, die ist komplett gedruckt machen, der Hersteller kauft oder baut nur diese Gestelle und der Rest wird individuell gedruckt, man könnte sich jetzt hier auch andere Planeten drucken, man könnte andere Lampenschirme machen, das ist halt alles möglich, ohne dass es ein viel größerer Aufwand sowohl zeitlich als auch von den Kosten her ist. Außerdem können Teilprodukte produziert werden, im Möbelbau zum Beispiel bestimmte Eckwinkel oder so und da wird das Ganze im Prinzip ausgelagert von dem Unternehmen, sie müssen keine eigenen Drucker kaufen, trotzdem bleibt das Ganze sehr lokal, nämlich zum Beispiel zwei Häuser weiter um die Ecke. Vorteile davon wären, es schafft Arbeitsplätze, kurbelt die Wirtschaft an, verhängert Abhängigkeiten, das sind so Punkte, die kann man eigentlich immer sagen, wenn man irgendwas lokal macht, wenn man irgendwo ein Geschäft baut. Für uns ist vielleicht viel interessanter, dass wir von kürzeren Lieferzeiten profitieren würden. So ein 3D-Drucker braucht länger als ein Spritzbusgerät, wenn ich das Ganze aber aus China oder so hierher fliegen muss, wird ein 3D-Drucker immer schneller sein. Das heißt, ich habe kürzere Lieferzeiten, wenn das so funktioniert, auch geringere Kosten, weil eben die ganzen Logistikkosten für Versand etc. wegfallen und die werden auch immer teurer und ich profitiere eben von der hohen Anpassbarkeit und Individualisierung, was eben auch sehr viele Menschen wünschen. Ja, zum Schluss sage ich mal noch ein paar weitere Beispiele, wie 3D-Druck verwendet werden kann. 3D-gedruckte Raketen, in den USA gibt es mehrere Startups, die dann eben genau nach dem selben Prinzip, wie ich es erklärt habe, 3D-Druck Schicht für Schicht, das Material aufgetragen wird, im Prinzip hier mit so einem Roboterarm, ganze Raketen 3D-Drucken, gedruckte Häuser, haben vielleicht einige schon mal von gehört, da sieht man auch wieder ziemlich gut das Grundprinzip, man hat eine X-, Y- und Z-Achse, dann eine Düse, die ist dann in dem Fall vielleicht so groß, da kommt dann Beton raus und so können eben die Wände von einem Haus aufgebaut werden. Vorteil davon, dass man Häuser eigentlich, dass man eben die Wände sehr gut anpassen kann, ich habe zum Beispiel einen komischen Platz, der zum Beispiel dreieckig ist oder so, da könnte ich dann ein dreieckiges Haus oder so machen oder eben hier mit runden Kanten, ohne dass mich das wirklich viel Zeit braucht. Gedruckte Hüftimplantate, allgemein in der Medizin gibt es sehr, sehr viele Anwendungen schon des 3D-Drucks, man geht schon sogar so weit, dass man ganze Organe 3D-Drucken will, ist aber wieder eigentlich ein eigener Bereich für sich und ja, dann dachte ich, habe ich eigentlich das meiste gesagt, wollte aber noch eine Inspiration geben, was Sie jetzt tun können, das hat mir persönlich oft bei Vorträgen gefehlt, dass man einfach danach nicht weiß, okay, was kann ich jetzt eigentlich machen, jetzt habe ich vielleicht etwas Neues gelernt, hoffe ich zumindest, aber weiß dann nicht, was ich danach tun kann. Option 1 wäre eben, einen eigenen 3D-Drucker anzuschaffen, ich habe das ja eben so ein bisschen schlecht geredet, aber gerade zur heutigen Zeit haben wir eben nicht um die Ecke einfach mal 3D-Drucker, auf die wir zugreifen können, von daher kann das schon sehr interessant sein, auch im Freundeskreis zum Beispiel Ersatzteile zu liefern, Geschenke zu drucken, noch besser, wenn man das Ganze lernen will, einen eigenen 3D-Drucker zu bauen, dabei lernt man wirklich sehr viel, nicht nur wie der Drucker funktioniert, sondern auch, wie funktioniert Technik, wie funktionieren verschiedene Baugruppen, wie kann man elektronische Bauteile mit mechanischen kombinieren, bis hin zu Firmware-Software, das lernt man alles in so einem Bau von so einem 3D-Drucker, hatte ich ja auch gemacht, ich würde sagen, es war schon eine sehr gute Investition, wenn man jetzt nicht gleich einen eigenen 3D-Drucker anschaffen will, was ich auch verstehen kann, könnte man zumindest mal darüber nachdenken, wenn man mal wieder ein Ersatzteil braucht oder irgendeine Idee hat, und man nachgedacht hat, das könnte man ja mal testen, mal realisieren, dass man das vielleicht einfach 3D-drucken lässt, zum Beispiel bei mir oder im Freundeskreis kann man sich gut umhören, außerdem kann weitere Recherche betrieben werden, ich habe eben die Beispiele bewusst gezeigt, dass es eben in jedem Bereich 3D-Truck gibt, und ganz konkret YouTube-Videos und die Dokumentation Print the Legend auf Netflix, die zeigt im Prinzip einen gewissen Zeitabschnitt, und zeigt, wie sich da der 3D-Truck entwickelt hat, auch wie sich die Leute darum entwickelt haben, und ja, das ist auf jeden Fall meine absolute Empfehlung. Das wäre jetzt auch soweit mit dem eigentlichen Vortrag, ich würde jetzt gerne eine Art Diskussionsrunde oder Fragerunde übergehen, auch mal praktisch zeigen, wie man so einen 3D-Trucker bedienen kann. Wenn Sie mich trotzdem nachträglich kontaktieren wollen, habe ich hier noch aufgelistet, also intern iServe, privat hello at the antrk.bxx10z, und geschäftlich finden Sie dann alles unter satweb.com slash jw. Ja, das ist eine Erste. Vielen Dank. Vielen Dank.